Hi, herzlich willkommen zu unserem ersten Video Das ist die Luisa und ich bin der Nick Und warum sind wir hier, das wird euch die Luisa jetzt mal gleich erzählen Nicklas hat dem Wunsch geäußert, dass er gerne ein paar Videos zusammen mit uns aufnehmen wollen würde Von Dingen, die wir unternehmen, fürs nächste Jahr einfach mehr Erinnerungen zu sammeln Um die für spätere Zeiten schön parat zu haben Und da dachten wir uns, Videos sind eigentlich die besten Möglichkeiten, um Emotionen rüberzubringen Um schöne Fotos mit Liedern oder sonstiges zu hinterlegen Und deswegen haben wir uns jetzt zusammengetan Und wollen euch einige Videos, einige Fotos zeigen, die uns berühren Und wir fangen an mit dem Start ins neue Jahr Silvester Genau, da kommt natürlich Silvester und die Neujahrsfeier in den Kopf Und deswegen wollen wir uns nochmal ganz herzlich bedanken Danke für nicht nur Silvester, weil Silvester für uns eigentlich ein Tag ist wie jeder andere Aber natürlich einfach für dieses wunderbare Wochenende Genau Was samstags begonnen hat und bis Dienstag ging Und einfach auch eine super tolle Zeit war mit Freunden Wo wir richtig viel Zeit miteinander verbringen konnten Viel gegessen haben Und ja, danke 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 an Nadine, Peggy, Tasia und Basti, dass ihr hier wart Genau, danke für die Möglichkeit, dass wir mit euch die Erinnerung festhalten konnten Viele, viele tolle Momente hatten und ja, Erinnerung schaffen konnten Was ist das, was ihr habt, was ihr habt, was ihr habt, was ihr habt Was ist das, was ihr habt, was ihr habt, was ihr habt �ulsequen Bobe estiver Da оды Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.